Herzlich willkommen zur heutigen Kurzpräsentation der Daikin Altherma 3M Wärmepumpe. Ein kurzer Überblick über das System werde ich Ihnen nun geben. Hier sehen Sie einmal die Anlage im Schnittmodell und sehen die einzelnen Komponenten dieser Anlage. Diese Anlage ist unser Preis-Leistungssieger. Sie bekommen unglaublich viel Leistung für den Preis der Maschine. Schlagkräftige Argumente mit dieser Maschine. Innovative Daikin-Technologie, hohe Leistung und Wirkungsgrad durch die Gas-Injektionstechnologie. Das exklusive Daikin-Design, wie Sie auch von der 3HHT kennen, sehr hochwertig und sehr stylisch. Und es ist eben in der gleichen Designsprache wie auch unsere 3HHT. Sie haben gewohnt hohe Daikin-Qualität und Haptik, auch in diesem Preissegment. Sie ist natürlich sehr montagefreundlich und auch wartungsarm. Wir haben hier eine Anlage in Monoblock-Bauweise. Das heißt, Sie können das Außengerät vor das Gebäude platzieren, gehen mit Vor- und Rücklaufleitung des Heizsystems an das Heizgerät hin und brauchen nicht den Kältekreis zu berühren. Der ist bereits fertiggestellt, komplett im Außengerät, was Ihnen natürlich auch die Inbetriebnahme durch einen Kältetechniker erspart, beziehungsweise Ihnen generell die kältetechnischen Arbeiten bei der Installation erspart. Und wir haben natürlich das alles zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis und das bei einer wahnsinnig hohen Einsatzflexibilität. Also dadurch, dass Sie die Geräte auch beliebig kaskadieren können, haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, höhere Leistungsstufen zu erreichen, beziehungsweise auch größere Gebäude abzudecken. Gerade im gewerblichen Bereich kann das natürlich von Vorteil sein. Dadurch ist es natürlich auch perfekt geeignet für Gewerbe- und Mischgebiete, da wir auch einen sehr, sehr geringen Platz im Innenbereich benötigen. Sie haben, wie gesagt, die einfache Kaskadiermöglichkeit, einen sehr, sehr geringen Montageaufwand aufgrund der Monoblock-Bauweise. Alle wichtigen Komponenten sind bereits im Außengerät verbaut. Das Einzige, was Sie gegebenenfalls im Innenbereich benötigen, ist eben ein Drei-Wege-Ventil optional und beispielsweise ein Brauchwasserspeichertank oder eine Frischwasserstation, ein Puffertank oder was Sie sonst für Ihre Installation benötigen. Aber nur um reinheizen zu können, brauchen Sie theoretisch nur mit Vor- und Rücklauf an das Gerät hinzugehen. Sie haben eine hohe Leistung und haben einen hohen Modulationsbereich. Das heißt, das Gerät ist auch natürlich in Werder gesteuert. Das heißt, es moduliert in der Leistung nach der abgefragten Leistung, die vom Gebäude benötigt wird. Was auch toll ist, es passt von den Maßen unter die meisten Fensterbänke, was natürlich die Flexibilität in der Aufstellung noch unterstreicht bzw. unterstützt. Sie haben keinen bzw. fast keinen Platzbedarf im Innenbereich. Das Einzige, was Sie hierfür benötigen, ist eben gegebenenfalls für die Brauchwasserbereitung ein Drei-Wege-Ventil und den zugehörigen Speicher, falls er nicht schon im Bestand vorhanden ist und natürlich die Regelung der Anlage. Diese empfiehlt sich auch immer im Innenbereich zu installieren. Einmal hier sehen Sie die Regelung. Das ist unser intuitiv bedienbares MMI3-Interface. Sie können auch mit der Anlage im Sommer kühlen und im Winter heizen. Das bedeutet, wenn Sie jetzt beispielsweise in Gewerbeimmobilien sind, haben Sie die Möglichkeit natürlich über eine bestehende Fußbodenheizung, Deckenheizung, Wandheizung, Konvektoren, was auch immer angeschlossen ist, jedenfalls eine Kühlung bereitzustellen. Und das ist bei uns immer mit an Bord. Sie haben immer das Heizen- und Kühlen-Modell. Sie haben mögliche Vorlauftemperaturen bis zu 60 Grad, was natürlich auch wieder die hohe Leistung bestätigt. Sie haben hier ein Kältemittel R32, das natürlich auch zukunftssicher ist. Warmwassertemperaturen können Sie bis zu 55 Grad bereitstellen. Und wie gesagt, es ist kein Kältetechniker notwendig, um die Inbetriebnahme durchführen zu können. Sie können ebenfalls das Gerät in einer Hybridbauweise aufbauen. Das heißt, Sie haben beispielsweise einen bestehenden Öl oder einen bestehenden Gaskessel. Den können Sie dementsprechend mit in das System einbinden und haben dann eine Hybridlösung, wo Sie sagen, ich decke die Grundlast beispielsweise mit meiner Wärmepumpe ab und die Spitzenlast bei sehr kalten Außentemperaturen mache ich nach wie vor über mein Öl oder über mein Gasgerät. Dadurch haben Sie natürlich noch mehr Flexibilität, beziehungsweise im Störungsfall eines der beiden Geräte haben Sie natürlich quasi ein Backup, was auch eine Sicherheit für das Gebäude und auch eine Sicherheit für den Betrieb gewährleistet. Wie gesagt, wir sind der Preis-Leistungs-Sieger im Leistungsbereich 9 bis 16 kW mit dieser Maschine. Die Besonderheit für Baden-Württemberg ist die, dass der Anteil nach E-Wärme-Gesetz voll abgedeckt ist, dass keine weiteren Maßnahmen nötig sind. Das Wichtigste hier noch einmal auf einen Blick. Also wie gesagt, wir haben einen sehr, sehr hohen COP, wir haben Inverter-Technologie an Bord, wir haben das Monoblock-Prinzip, was Ihnen die Installation und auch die Wartung und so weiter vereinfacht. Wir haben immer Heizen, Kühlen mit an Bord. Wir haben natürlich das klimaschonende Kältemittel R32, das optimale Ergänzungsprodukt für eine Hybridlösung. Wir haben einen sehr guten COP, beziehungsweise eine sehr gute Abdeckung der Brauchwasserbereitung. Und natürlich haben wir auch die Möglichkeit, diese Anlage über App zu steuern. Dafür können Sie optional einfach eine SD-Karte bei uns bestellen. Die schieben Sie in den Regler ein und schon kann es losgehen. Sie können mit der Handy-App Daikin Residential dann auf Ihr Gerät zugreifen und Ihr Gerät quasi fernsteuern. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Einbau der Daikin Altherma 3M.